Ja, wer hat keinen großen Penis, also ich hab auf jeden Fall einen. Wenn ich keinen großen Penis hab, ey, dann... Also gerade hat er einen kleinen Penis, hat er schon zugegeben. Ja, das stimmt. Ja. Ich find das auch wirklich richtig männlich, dass er das gleich gesagt hat. Äh, weißt du, wir haben so zum ersten Mal geredet, so, ja, Nico, wir bist du ja, ich weiß nicht, ich kenn dich ja nicht so richtig, äh, so, ja, ich hab einen kleinen Penis. Ich hab gleich das schon Respekt empfunden für ihn. Erstens mal, weil es dir etwa genauso angeht? Äh, nee, weil ich ihn auswachen muss und er endlich geweint hat. Und, ja, das ist schon mal, das ist schon mal ne ziemlich gute Leistung, dass man dann nicht direkt einfach so in Tränen rauskommt. Wir können dann mal nach der Aufnahme über unsere Penisgröße reden. Also, ich kann mir vorstellen, einige Zuschauer interessiert das bestimmt. Wie klein dein Penis ist? Da muss ich ganz schön lange drüber reden. Äh, Tom, komm mal bitte zum Verzauberungsding. Gleich, ich bin noch unten, äh, ich wollte gleich noch ein bisschen, ich wollte mir nämlich gleich mal bei, äh, ich lauf gleich rüber zu Niko und dann schnapp ich mir. Niko? Niko? Willst du bei mir? Äh, ich muss gleich deine, äh, deine, deine Pickaxe mir noch ausleihen. Ja, die hat Alex gerade. Aber ich will trotzdem die Prozente haben. Ja, ja, klar. Also, äh, ja, Alex? Wenn ihr eine Ender-True habt. Ja, Alex, wenn nicht, gib mir mal demnächst mal die Ding, äh, äh, achso. Schack nochmal, habt ihr eine Ender-True hier? Nein. Nope. Dann, doof. Boah, Alex, hat der Handy aus. Wenn du eine Ender-Perle mitbringst, dann hätten wir eine. Alex, mach dann eben die aus. Hä? Mein Handy liegt sauweit weg, wegwerfen. Ich fand das gerade eben voll erotisch, kannst du es nochmal machen? Das war so geil. Nee, ernsthaft, ich fand das voll geil. Du fandest wirklich voll geil. So, ich müsste hier aus der Höhle rauskommen. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Super geil, super geil. Sehr, sehr geil. Super geil. Geil, geil. Oh, hier ist ein Tittenfisch medieniert. Ein Tittenfisch hindert, oder was? Ein Tittenfisch? Tittenfisch? Ist das alles leise? Hat jemand, jemand gerülpst? Ja, das ist Kubi, der hat immer nur solche hässlichen Rülpser. Solche weiblichen. Das ist seine Stimme, oh. Ja, Kubi, weißt du, ich unterhalte mich jetzt immer mit dir, okay? Antwortest du mir mal bitte? Ich finde es voll unhilflich, wenn Leute hier nicht antworten. Was, Alex, du brauchst lapis? Ja. Lapis. Piss mir gleich in die Hose. Willst du lapis? Willst du mich ein bisschen lap, an lapissen? Nein, ich will mich nicht anpissen. Badum. Badum TS. Das wäre nicht ekelhaft. Badum TS. Ja, da sind wir gerade drin. Badum TS. Checkst doch mal. Scheißfresser. Mein Insel sieht so geil aus von außen. Ich muss schon sagen, ich bin dafür, dass ich jetzt zum allerersten Mal so mit Sandstein baue, Arsch. Nicht schlecht. Naja, richtig scheiße. Ich komme mir nicht zum ersten Mal blau mit schwarz mit Sandstein Tönen. Sieht aber kacke aus. Ja. Ich will echt Kubi finden, damit ich den übelst töten kann. Weil der bedrückt uns einfach und er baut einfach woanders. Seinen Hohnsohn. Ich baue woanders, bist du dumm. Ich baue direkt unter meinen Grundstuhl ab. Oh, dann kann ich dich ertöten. Bief, 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 bief. Darf ich Schiedsrichter spielen und dann den Gong erscheinen lassen? Okay. Den Dong. Den Dong. Dong. Wenn du mich tötest, spreng ich dein Haus in die Luft. Wenn du mich sprengst, tötest du dein Haus in die Luft. Dein Haut. Dein Haus. Dein Haut durch Haar. Wenn du mich tötest, sprengst du deine Haut in die Luft. Deine Haut. Deine Haut. Ich schwöre, ich spreng deine Haut in die Luft. Schauwallah. Bist du eigentlich nach Farben, Can? Ja. Ich mache gerade schöne Geräusche. Dong. Das macht mich fast geil. Dong. Dong. So, jetzt habe ich alle meine Öfen mit 64 Kohle vollgepumpt. Danke, Ehi. Ich habe 8 Öfen. Danke, wie geht's dir. Wie wäre es, wenn ich dir 5 Stacks Kohle gebe und ich dafür die Prozente, die ich gleich aus den Diamanten rausbekomme, du keine Prozente dafür kriegst? Nein. Ich mache nämlich gerade extra Kohlefarben, ne? Oh Mann. Also wir haben übelst viel Kohle, John. Haben wir auch. Ich habe jetzt nochmal fast einen Stack. Ja, ich habe eben 12 Stacks Kohle geholt. Geil. In der kleinen Weile, in der ich gerade weg war, ne? Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Oh cool, Eisen. Oh, Eisen habe ich auch. Ja. Ich bin einfach cool, weißt du? Ja. Ich bin einfach geil. Sehr, sehr geil. Ich glaube, ich mache gleich was Lustiges. Ich mache jetzt irgendwie so Lava-Spawner hin und einen Piston neben dem da mit einer Glock, dass einfach Lava die ganze Zeit so permanent immer hoch und runter rieselt. Also hoch jetzt nicht, aber runter. Einfach noch. Das rieselt einfach hoch. Und die Landschaft permanent die ganze Zeit immer wieder zu schänden. Lava rieselt einfach hoch. Wenn du das immer wieder ein Löcher reinfließen lässt, dann ist es nicht schlimm. Ja, das fließt immer wieder runter. Immer wieder, so weißt du. So immer wieder halt permanent so. Weißt du? Weißt du, wie du es meinst? Also so immer wieder. Hast du noch gar nicht gesagt zum Glück. Immer wieder? Ja, stimmt. Also immer wieder, ne? Du hast immer wieder, immer wieder gesagt. Das ist nicht schön. Das ist immer wieder schön zu hören. Immer wieder schön, immer wieder schön. Warte, dein Schatz was an. Ich bin schöner als ein Töner. Hä, was? What the fuck? Das ist das einzig, was mir gerade eben eingefallen ist. So dumm. Ich muss das einfach aussprechen. Ein Töner. Ein Töner. Oh je! Geiles Geräusch. Oh, Adi, 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 Adi. Du mein Niggur. Was, Adi? Adi, 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 Adi. Wer fliegt da oben? Wer ist oben? Jan. Ach, das ist deine hessische Luft. Deine Molukkenhöhle. Stille. Ich würde sagen, wir tun noch immer von über, unter einer halben Stunde gerne mal rüber gehen. Was brauchst du, äh, was willst du denn schadet haben? Hat sich erledigt. Ich bin gerade selber noch Kohlefarmen gegangen. Aha. Warum hier alle Kohlefarmen gehen? Das ist jetzt ziemlich schwierig. Weil es Level bringt. Ja, ja, ja. Quarzfarm bringt auch Level. Und Quarz brauche ich unglaublich viel dazu. Ja, ich würde auch, ich würde das auch immer sagen, weißt du? Ja, ja. Kohle, ne? Es geht nur um Geld hier. Na klar. Aber da ist die nur... Geld regiert die Welt, du Spaß so. Schlaverst du. Schlaverst du. Schlaver. Schlaver? Schlaver, schlaver? Schlaver, schlaver einmal. Was soll den Schlappen? Oh, mein Handy ist gar untergefallen. Bin ich ja schon wieder Level 20. Boah, bist du cool. Du bist so, du bist so stark. Ich krieg schon wieder ein Weichen von dir. Was? Du bist nicht behindert, oder? Oh, Mann. Noch nicht. Oh, Mann. Oh, Frau. Oh, Mann. Wow. Oh, halt deine Scheiße, bitte. Oh, Mann. Krass. You're very cool. Nee, eigentlich nicht. Du bist scheiße. Ich weiß. Ich empfehle dir die Seite mannmann.de. Ich will gar nicht wissen, was da drauf ist. Ja? Auf der Seite findet man eine Beschreibung. Wollen wir mal eine Traumminute für Program einlegen? Eine Traumminute? Ja, ohne Wiss. Was? Ist es down? Ja, Program ist down. Was? Warum was? Ich habe übrigens down, aber es gibt keine Nacktbilder mehr. Ich habe übrigens Dias gesehen. Äh, gefunden. Gesät. Ja, Alex. Bei mir, oder? Alex. Was? Ja, was ist? Ja, ich hole jetzt kurz meine Hutsamkeitspicke mal ab, ne? Sag noch. Wir machen ab jetzt eine Traumminute für Program. Okay. Okay. Ich kenne das nicht. Nein, 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 nein. Ach, du kennst nicht Program. Dein Ernst. Gut, Alex, ich komme mal rüber zu Dings-Teiler. Hey, sei doch still jetzt. Nein. Nein. Program ist es mir nicht wert. Spaß. Oh, gut, ich habe richtig schön wenige Sandstangen gefarmt. Kalle. Level 20 übrigens. Hast du einen Schaden? Ja. Okay. Wolltest du nur wissen? War mir nicht ganz sicher, weißt du? Ich wollte zwei Level farben gehen, jetzt bin ich schon auf Level 15. Weißt du, Kalle, manchmal, da macht man ja Sachen. Ich weiß am Anfang, ob es gut oder schlecht ist, aber bei dir weiß ich, dass alles, was ich bei dir machen könnte, einfach gut ist. Egal, ob es schlecht oder gut ist. Wow. Also, Alex, ich komme mal kurz zu dir, ne? Du weißt schon, ich bin der Hütbe. Ich weiß, dass ich das. Was? Wir bräuchten die Beruze, äh, Spitzhacke dann auch gleich, ne? Ja, ich weiß. Bräuchten wir die? Nico! Dann vergiss nicht und bring ein bisschen, ähm, die Endertruhe mit. Tu ich gerade. Ich hab ne zweite, in meiner Endertruhe. Endertruinception! Ich könnte sogar ne dritte machen. Dann mach ne dritte und stell dir einfach bei denen irgendwo hin. Nö, die sollen sie selber machen. Geht Enderman farmen. Hier, Lutscher. Ich hab euch Lutscher genannt, ich bin so böse. Ich bin richtig evil, Alter. Ich bin richtig so evil chicken. Ja, ja, hau nur ab, er ist Angst vor mir, ne? Ja, hau nur ab. Betreten hat das Spiel betreten. Alter. Weil das jetzt ne ganze Dia-Spitzhacke verbraucht. Echt krass. Wow. Du beeindruckst mich immer wieder. Nicht. Das ist krass, dass ich heute voll auf Feindlichkeit aus bin, ne? Das ist nur, weil Peppy mich geärgert hat. Erzähl doch mal kurz, was Peppy gemacht hat. Keine Ahnung, ich hab's vergessen, aber er hat mich geärgert. Ich glaub, er hat die Bettnacht gebaut. Es geht ums Prinzip. Und wollte dann nicht mal die 100 bezahlen für dich? Ja, richtig böse. Äh, wo ist nochmal euer Dings vom Spawn aus? Neh, mal in Mühle. Das ist Insider-Scheibe. Das kennt ihr da nicht, in Mühle. Nico in Mühle. Hä? Ja, in Mühle ist die Welt besser. In Mühle? Alter, wirst du an Niederecke getötet. Finkerfit. Mühlehausen, Junge. Möchte mir das jetzt hier mal erklären. Weiß, ich akzeptiere, also, ne, akzeptiere ich nicht. Also, einfach mal, Zitat, denied. Weil das ein Insider ist, das zählt nicht, das darf nicht gelten. Das ist einfach asoziale Shit. Einfach mal no. Einfach mal no. Unable, ne? Ja, du bist so blöd, ey, ernsthaft. Das war so geil, weißt du? Kubi so, ja, ich hab, ähm, einfach nur, äh, ich spiel nicht auf Fullscreen, ne? Du warst doch grad weg. Alex, ne? Äh, äh, könnt ihr mal kurz die Post von euch geben? Achso, ich hab mich falsch gelaufen. Ähm. 500, ne? Was? Ihr seid bei 500, 150 oder so. Minus, ich bin grad minus 4, 500. Minus 4, bist du bei dir zu Hause? Ja. Scheiße, ich bin falsch gelaufen. Hey, du musst doch jetzt mittlerweile mal den Weg kennen, Nico. Ja, nee. Gehör. Ich muss einfach geradeaus zu euch laufen, wa? Ja, so ungefähr. Ja, hab ich nicht gemacht. War mir zu anstrengend. Ich bin lieber rundum gelaufen. Also, wie gesagt, ähm, Kubi hatte seinen Alice Madness Determals, ähm, auf, dann, auf Fullscreen gestellt. Und sag mal so, ja, ich spiel dich auf Fullscreen, ne? Ich hab das auf, äh, Enabled gestellt. Und ich dachte so, ja, ich sag so, hä, Enabled heißt doch An, ne? Denk ich mir so. Ja. Und er sagt so, ja, nee, bist du blöd, aber bist du ein Bob, Alter? Enabled heißt, äh, heißt ausgeschaltet. Oder deaktiviert halt. Ähm. Und ich denk mir nur so, nichts Falsches sagen. Ich guck lieber nochmal, äh, nochmal bei Google Translate nach, ne? Guckst du hin und denk mir so, Disabled heißt doch ausgeschaltet. Und ich, ich denk mir, ich hab wirklich so gedacht so, was lauert der für ein Scheiß, Alter? Alter. Das, ich hab... Ich lauert der. Warte mal, 0, 0, 500, ne? Okay. Ähm, ja, da hab ich, da hab ich gedacht so, und dann, boah, ich hab mir so gedacht so, Scheiße, Alter, Kubi ist so blöd. Aber das, das wusste ich vorher ja auch schon. Enabled heißt doch ausgeschaltet. Ja, also, einfach nur, einfach mal no. Einfach mal no. Also, da hab ich einfach mal wirklich, äh, Kubi. Mein Respekt, dass du das gebracht hast. Und was macht Alex jetzt eigentlich? Ja, weißt du, jetzt komm ich, jetzt komm ich zu euch, zu euch Drecksäcken und Alex ist, äh, ausgelockt. Gibt's ein Plaste-Boten in Minecraft? Was für ein Boten? Plaste. Alter, hör auf, Junge! Macht doch gar nichts. Ja, Gras im Klo ist scheiße, irgendwie, ne? Gras im Klo? Also, ich, jetzt seh ich hier noch nicht so viel. Ja, ja, lass mich doch, ich brauch halt erstmal den Eingang. Ach ja, ich komm jetzt mal zurück, ne? Nein. Mein Invertar ist sowieso voll. Ah, ich muss auch pissen. Ich muss auch mega pissen. Das ist voll krass, wenn man so pinkeln muss, dann ist man Melonen viel schneller als normal. Kann man auch ne pinke Pause machen? Äh. Ah, Alex lebt wieder. Ah! Hallo auch. Das hässliche Gebilde da mit Glas und Holz. Glas und Holz. Das ist Can sein Haus. Mein Gebilde ist wieder aus Holz, Sandstein und... Alex, wo bist du grad? Zurzeit, beim Rechner neu starten. Achso. Ja, und wo bist du gerade? Antwort mir doch endlich mal, Junge. Wo ich bin! Wie schon gesagt, beim Rechner neu starten. Heißt du, ich bin noch nie auf dem Server drauf. Hi, Kada, hi, Kubi, hi, Can. Ich, äh, warte, bis Alex wieder, äh, da ist. Achso, hast du dieses hässliche Glas, äh, Glas-Stein-Gebilde gemacht? Wie schon gesagt, ich hab kein Glas drinne. Okay, also warst du. Ich glaub, das bin ich.